Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Morgen Mittag geht es ja für uns weiter gegen Hansa Rostock im Abstiegskampf der 2. Bundesliga und drumherum gibt es bei uns Schalke immer wieder sehr viel zu besprechen. Wir blicken nämlich heute mal auf das Thema Maulwurf in der Mannschaft. Ist da tatsächlich was dran? Denn Karel Gerrads hat sich dazu mal offen geäußert und er ist durchaus auf der Suche nach einem Maulwurf innerhalb der Mannschaft und das ist natürlich dann auch ein sehr heikles Thema. Ansonsten gibt es nur noch Diskussionen rund um die Zukunft von Gerrard Asamor. Endet sein Vertrag nach der Saison und hört er dann möglicherweise bei Schalke auf. Und dann ist da noch das große, wichtige Thema DFL-Investor. Schalke will wohl nun doch dafür stimmen. Das hat einige Fans überrascht, die Medien überrascht und auch vor allen Dingen in Fankreisen für sehr viel Kritik besorgt. Deswegen blicken wir auch auf das Thema nochmal ganz konkret drauf. Somit haben wir das also hier und heute in den aktuellen S04-News. Schaut auch gerne auf Schalke Inside Clips vorbei. Da gibt es aktuell auch die Vorschau auf unser Spiel, auf unseren Gegner mit Hansa Rostock. Und jetzt gehen wir hier rein in die aktuellen S04-News. Und dann starten wir direkt mal mit dem Thema, was dann noch am wichtigsten vielleicht noch ist für das morgige Spiel gegen Rostock. Asamor und DFL-Investor sind ja dann Themen, die vielleicht darüber hinausgehen. Und wenn man eben dann aktuell auf die tabellarische Situation draufschaut, sollte jedem klar sein, wie wichtig das Spiel eben auch dann morgen sein wird. Aber es gibt ja auch rund um unsere Mannschaft weitere Diskussionen darüber, wie gut ist dieser Kader tatsächlich, wie schlecht ist er vielleicht zusammengestellt, welche Spieler können doch besser performen, als sie es vielleicht aktuell zeigen. Und vor allem, wie charakterstark ist diese Mannschaft. Das ist ja wirklich ein sehr großes Thema bei uns auf Schalke. Und es gibt immer wieder Berichte darüber, wie schwierig diese Mannschaft zu handeln ist, welche Probleme es auch irgendwie mit jedem Trainer gibt. Und Karry Gerrerts wurde darauf nun auch nochmal von der Waz angesprochen. Auch nochmal über das, was dann eben nach dem Düsseldorf-Spiel passiert ist, in Sachen Kommunikation zwischen ihm und der Mannschaft. Wir haben über das Düsseldorf-Spiel gesprochen. Ich habe meine Meinung gesagt, die Spieler ihre. Für mich ist so etwas eine ganz normale Sache. Denn da hat eben Gerrerts nochmal mit klargemacht, dass es ja auch vollkommen normal ist, nach Niederlagen oder auch nach nicht so guten Ergebnissen auch mal zu diskutieren, sich lautstark die Meinung zu sagen. Und das ist für ihn auch gar kein Problem. Aber er wurde dann auch in seiner Aussage deutlich ernster. Und was für ihn ein Problem ist, ist eben dann diese ganze Geschichte mit der Maulwurf-Geschichte, was ja auch von der BILD immer wieder berichtet wird und wo auf jeden Fall auch tatsächlich was dran ist. Das Einzige, was nicht normal ist, ist, dass alles aus der Kabine herauskommt. Das ist nicht gut. Hat Karry Gerrerts hier auch nochmal offen und ehrlich zugegeben, dass da eben Schalke tatsächlich ein großes Problem hat. Und es gab ja auch schon zuvor von vorherigen Trainern immer wieder Aussagen dazu, dass man auf Schalke nie so richtig Ruhe hat, weil eben auch zu viele Themen, zu viele Internas nach außen getragen werden. Und Gerrerts hat das nun auch nochmal ganz klar so bestätigt. Und die Watz schreibt dann eben auch jetzt davon, dass Schalke tatsächlich in oder zumindest mal im engsten Umkreis der Mannschaft nach einem Maulwurf sucht und da eben auch ganz genau hinschaut, welche Spieler sind vielleicht diejenigen, die dann doch nicht ganz so sehr für Schalke einstehen, für Ruhe einstehen, sondern irgendwelche Schlagzeilen nach außen machen. Und wo ist dort eben auch dann die mögliche Problematik? Es ist meiner Meinung nach wirklich ein heikles Thema, was man jetzt auch nicht so unterschätzen sollte, wenn es eben dann sogar der Trainer selber schon so offen anspricht. Also hier muss Schalke dann natürlich auch Lösungen finden und im besten Falle ja sozusagen auch das Leck finden, wo eben da und noch dieser Maulwurf ist. Denn natürlich kann es nicht sein, dass manche Dinge aus der Mannschaft direkt an die Öffentlichkeit gehen. Kann ja auch logischerweise nicht im Sinne von unserem Trainer Karel Gerrert sein. Und einer, der natürlich auch sehr da dran ist an der Mannschaft, ist ja Gerald Asamor als Leiter Lizenz. Und dort gab es ja unter der Woche den Bericht darüber von der Sportbild, dass Asamor auf dem Prüfstand steht bei Schalke. Denn bedingt durch die aktuell brenzlige Situation wird alles ganz genau sich angeschaut. Und da wird auch kein Halt vor Schalker Vereinslegenden gemacht. Und deswegen ist wohl durchaus es gut möglich, dass Asamors Zeit auf Schalke zumindest mal als Leiter Lizenz enden könnte. Denn sein Vertrag läuft am Saisonende aus und soll, das ist laut der Bild hartnäckig aus Klubkreisen zu hören, offenbar nicht mehr verlängert werden. Asamor sei zwar ein klares Schalke-Gesicht und auch Fanliebling, aber fachlich wird es auch weiterhin hier die Zweifel geben. Es gab ja im letzten Sommer die Gerüchte darüber, ob Asamor vielleicht Sportdirektor werden könnte als Nachfolger von Schröder oder nicht. Da hat aber ja Knebel auch schon frühzeitig betont, dass das eigentlich kein Thema ist. Und nun gibt es für Asamor womöglich einen nächsten Rückschlag bei Schalke, obwohl er eben auch den Managerlehrgang von DFL und DFB absolviert hat. Und trotzdem scheint ihm das nicht wirklich viel zu nutzen. Und somit wird es hier auf jeden Fall interessant sein, wie es mit Gerald Asamor weitergeht. Und die VATS hat diese Meldung auch dann nochmal bestätigt und vor allen Dingen auch nochmal sehr interessante weitere Infos zu der Personalie Gerald Asamor nochmal geäußert und beschrieben. Was auf jeden Fall auch hin nochmal bestätigt wurde, ja, Asamors Vertrag läuft aus, ähnlich wie zum Beispiel bei Mike Büskenz oder auch Matthias Kreuzer. Und natürlich werden dann auch irgendwann Gespräche darüber geführt. Und viele Fans fragen sich ja vor allen Dingen auch oftmals, wie sieht eigentlich Asamors Job aus? Warum gibt es ihn eigentlich? Ist das überhaupt nötig? Und was natürlich klar ist, als Leiter der Lizenzspielabteilung ist Asamor sehr nah an der Mannschaft dran, ist an allen möglichen Trainingseinheiten, eben auch beteiligt, ist eben auch oftmals mit dabei, sitzt er bei den Spielen auf der Bank und auch intern ist er bei allen Sitzungen mit dabei. Und grundsätzlich ist es eben auch so, dass Asamors Meinung auch da zumindest innerhalb des Trainerteams auch sehr oft gefragt ist. Auch administrative Aufgaben hat er, zum Beispiel dort der Watz auch die Suche nach Unterkünften und Trainingslagern. Darum kümmert sich aber wohl auch oft Teammanager Mario Grevelhörster. Sprich, die reine Rolle von Gerald Asamor, das ist sicherlich eine, die man nicht zwingend braucht. Das haben ja andere Vereine, wenn man etwas in Richtung schwarz-gelbe Richtung guckt oder auch zum Beispiel Werder Bremen gemacht mit Sebastian Kehl beim BVB oder auch Clemens Fritz bei Werder Bremen. Und da war ja auch wirklich von Anfang an die klare Aufgabe darin, solche vorzubereiten auf dem Posten des Sportdirektors. Bei Schalke hatte ja Sascha Rieter diese Rolle als erster inne. Ich glaube, damals war es wirklich einfach nur deswegen, weil man diese Rolle auch einfach schaffen wollte, um auch da den BVB zum Beispiel ein bisschen zu kopieren. Nachher hat diese Rolle dann Gerald Asamor übernommen. Und natürlich war auch zumindest bei ihm der grundsätzliche Plan, dann auch irgendwann Sportdirektor zu werden. Und da ist natürlich die Frage, wie sieht seine Perspektive aus? Was auf jeden Fall laut der Watz klar ist und noch nicht verwundern sollte, dass Schalke tatsächlich alles aktuell auf den Prüfstein stellt und er natürlich auch ganz genau guckt, was man braucht und wie man vielleicht auch Veränderungen vorantreibt. Und da wird eben auch kein Halt vor Schalker Idolen gemacht. Und deswegen wird man sich auch ganz genau bei Schalke anschauen. Werden die Aufgaben, die Asamor eben aktuell übernimmt, überhaupt benötigt? Wäre es ein Verlust, wenn er nicht mehr mit beim Trainerteam dabei ist, dort nicht mehr seine Meinung sagt, auf der Bank, sitzt in der Kabine mit dabei ist? Ist das wirklich das, was Schalke braucht? Auch denn intern heißt es auf jeden Fall laut der Watz, dass Asamors Erfahrung zwar gefragt ist, aber auch dann mal gegen seine Einschätzung entschieden wurde. Er war zum Beispiel dagegen, dass die Mannschaft nach Düsseldorf direkt eigenständig zum Teamhotel anreist. Ja gut, da kann man natürlich im Nachhinein sagen, hat der Asamor wohl auf jeden Fall recht. Aber es ist eben auch eine durchaus schwierige Lage. Deswegen finde ich es auch als Fan immer so ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ich weiß gar nicht, wie er das kommt, aber viele Fans sehen Gerald Asamor unglaublich kritisch und meinen irgendwie auch, er könnte gefühlt gar nichts und wäre komplett falsch und wäre kein potenzieller Sportdirektor. Man darf aber auch nicht vergessen, welche Erfahrung Gerald Asamor im Profibereich hat und vor allen Dingen, dass er ein Studium im Bereich Sportmanagement abgeschlossen hat und eben aktuell am Managerlehrgang von DFB und DFL teilnimmt. Laut der Watz fühlt sich Asamor selber nicht immer fair behandelt, weil er einfach auch gerne mehr beteiligt wäre, wenn es eben auch zum Beispiel um mögliche Zugänge geht. André Echelmann zum Beispiel sieht das aber nicht so. Er nimmt ihn eigentlich nicht wirklich mit ins Gespräch. Wenn es eben dann um mögliche Transfers geht, muss er auch gar nicht. Das sollte jetzt mal klar sein. Aber natürlich finde ich, ist es nicht verwerflich, wenn Asamor für sich selber sagt, er würde dort gerne etwas mehr eingebunden sein. Was auf jeden Fall klar ist, Stand jetzt gibt es keine Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung. Das ist zum einen auch normal, weil es eben dann auch erst im nächsten Jahr sein Vertrag ausläuft. Zum anderen gibt es ja auch aktuell gar keinen Verantwortlichen, der das wirklich entscheiden könnte. Peter Knebel hört auf, spielt aktuell in Sachen Entscheidungen keine große Rolle mehr. Matthias Tillmann fängt bald erst an und hat dann erst mal andere Themen zu tun mit der Knebelnachfolge und dem neuen Hauptsponsor. Und dann irgendwann werden vielleicht nochmal Gespräche mit Asamor, Büskens oder Kreuzer geführt. Aber klar ist, auch Gerhard Asamor selber könnte natürlich ganz andere Ambitionen haben. Denn er hat ja selber mal gesagt, er würde gerne Sportdirektor werden. Und das müsste ja nichtmals zwingend auf Schalke sein. Und wenn er eben das Vertrauen auf Schalke nicht bekommt, dann kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass er vielleicht selber sagt, ja gut, dann mache ich vielleicht mal irgendwo was anderes und gehe dann doch mal zu einem anderen Verein. Hat er ja als Spieler mit zum Beispiel St. Pauli oder Fürth auch so gemacht. Deswegen finde ich, ist das ein Thema, wo es mich wundert, dass viele Schalke-Fans irgendwie meinen könnten, nur weil sie an seiner Aufgaben vielleicht jetzt nicht die Wichtigkeit haben wie andere, wäre sein Job unnötig oder er wäre zu unfähig dafür. Ich verstehe wirklich nicht, woher das kommt. Ich glaube, hier muss am Ende auch einfach der Verein intern selber entscheiden, wie man mit Gerhard Asamor langfristig umgehen will. Wenn man ihm den Posten des Sportdirektors irgendwann zutraut, dann glaube ich schon, dass man vielleicht seinen Vertrag nochmal verlängern sollte. Wenn es dahingehend aber keinen Plan, keine Perspektive gibt, dann ist eben vielleicht noch eine Trennung ganz gut vorstellbar. Am Ende wird es auf jeden Fall interessant sein. Man kann natürlich auch nur darüber philosophieren, wäre Gerhard Asamor zwingend ein schlechterer Sportdirektor als ein Rechelmann, stelle ich jetzt einfach nur mal in den Raum, um darüber nachdenken zu können, weil ich es wirklich teilweise nicht komplett verstehen kann, warum in Fanlagern die Personalie Gerhard Asamor so extrem kritisch gesehen wird. Und dann wäre da noch ein anderes Thema, was vor allen Dingen auch seit gestern nochmal umso kritischer gesehen wird. Und das ist der DFL-Investor und somit ein sehr komplexes Thema. Lest euch da gerne ein, lest, was Schalke dazu geschrieben hat, was vor allen Dingen auch der Kicker dazu geschrieben hat. Da gibt es reichlich Informationen zu. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, was diese Vermarktungspartnerschaft zur Weiterentwicklung des deutschen Profifußballs angeht. Und wenn ich dann eben auch ein paar Meinungen von Fans unter Schalkes Social-Media-Beiträgen so gelesen habe, dann herrscht da schon eine sehr, sehr große Aufregung. Es wird unter anderem davon geschrieben, die Verantwortlichen verstehen Schalke nicht. Wir sind ein EV. Wie kann man sowas dann entscheiden? Aber ich finde, das ganze Thema muss man dann schon ein bisschen grundsätzlicher angehen. Denn was auf jeden Fall klar ist, am nächsten Montag, also übermorgen, werden die 36 Profi-Clubs der Bundesliga und der zweiten Bundesliga auf der ordentlichen Mittlerversammlung der deutschen Fußballliga, sprich der DFL unter anderem, und das ist eben das wichtige Thema, einen Beschluss zur Umsetzung einer strategischen Vermarktungspartnerschaft fassen. Das klingt alles jetzt nach sehr viel Theorie, ist, finde ich, auch nicht ganz so einfach zu verstehen, was es alles auf sich hat. Aber Schalke 04 selber hat sich nun doch dafür entschieden, diesen Vorschlag der DFL sozusagen zu unterstützen und für einen Investor abzustimmen. Das hat sich somit in Sachen Meinungsbildung geändert, denn vor ein paar Monaten war ja Schalke noch ganz klar dagegen. Nun sind sie auf einmal dafür und darauf haben sich Vorstand und Aufsichtsrat verständigt. Und hier ist die Ausgangsposition auch laut der WATS eben durchaus kompliziert, denn seit Monaten diskutiert die DFL eben über eine sogenannte strategische Partnerschaft auf Liga-Ebene. Und hier geht es zum Beispiel nicht um einen Anteilsverkauf der DFL. Auch Schalke hat hier nochmal betont, es geht nicht darum, dass irgendein Investor über Anstoßzeiten oder sonst was bestimmt. Es geht darum, dass ein externer Partner für 20 Jahre eine Minderheitsbeteiligung an den Lizenzerlösen aus der Verwertung der kommerziellen DFL-Rechte einer DFL-Tochter erhält und das eben im Kern aus der zentralen Vermarktung der TV-Rechte. Für die DFL gibt es dafür wiederum eine Menge Geld. Die Rede ist hier von bis zu einer Milliarden Euro und das wird eben dann hoffentlich sinnvoll eingesetzt für den deutschen Fußball. Und 24 der 36 Profi-Klubs aus 1. und 2. Liga müssten eben dann dafür zustimmen. Und das ist eben dann eine Sache, wo Schalke auch schon im Mai gesagt hat, dass es grundsätzlich richtig ist, sich darüber Gedanken zu machen, externes Kapital eben auch zu bekommen. Und Schalke selber hat das eben dann auch erklärt, mit folgendem Grund, warum er nun auch dafür ist. Gegenüber der negativen Entscheidung des S04 aus dem Mai 2023 ist nun ausschlaggebend für die Zustimmung der Wegfall des sogenannten Topf 2, aus dem Direktgelder an die Klubs ausgeschüttet werden sollten. Denn das war eben auch Schalkes großes Problem im letzten Mai, wo man eben dann auch dagegen gestimmt hat. Denn hier wären dann die externen Gelder, die man bekommen hätte, nach dem aktuell gültigen Verteilungsschlüssel verteilt worden. Und da ist ja Schalke eh mit dabei und das Thema sehen sie ja grundsätzlich sehr kritisch. Denn gegen diesen hatte sich ja zum Beispiel auch Axel Hefe als unser Aufsichtsrat-Boss wiederholt ausgesprochen und dafür auch endlich mal plädiert, mehr auf TV-Quoten und Interesse zu entscheiden. Da ja zum Beispiel wir als Schalke 04 oder auch andere Traditionsklubs den Pay-TV-Sendern deutlich mehr Reichweite bringen, als zum Beispiel Hoffenheim, Wolfsburg etc. Ihr kennt alle die Vereine, die eben nicht wirklich viel dafür bringen, warum auch so viel Geld dann für Pay-TV bezahlt wird. Aber, und das hat Schalke auch nochmal erklärt, spielt das eben jetzt keine Rolle mehr. Das ist kein Thema. Schalke will das trotzdem weiter ankurbeln, dass da was verändert wird. Aber jetzt mit diesem Geld, was man bekommen, wird eben nicht nach dem Verteilungsschlüssel verteilt. Für Schalke ist nämlich das jetzt auch wichtig. Jetzt steht ausschließlich die Stärkung des deutschen Profifußballs im Fokus. Unsere Erwartungshaltung ist, dass die in Aussicht gestellte Diskussion hinsichtlich des TV-Geld-Verteilerschlüssels Zeitner stattfindet. In der Folge kann ja das Ergebnis nur die notwendige Anpassung zugunsten der reichweitenstärken Klub sein, der eigentlichen Werttreiber. Und deswegen hat sich eben Schalke dafür also nun entschieden. Sprich, Schalke ist auf jeden Fall bereit, für mehr Geld bei der DFL einen Investor zu akzeptieren. Und auch für Axel Hefer zum Beispiel ist das natürlich ein gutes Modell. Denn Schalke erhält dann eben auch zusätzliche finanzielle Möglichkeiten, aber eben nicht selber durch irgendwelche Investoren, womit man selber irgendwas abgeben muss, nee, sondern durch die DFL. Ja, es ist ein Thema, was durchaus kritisch gesehen wird. So wie es Schalke jetzt begründet, kann ich es aber deutlich eher akzeptieren als noch im Mai. Und deswegen kann ich es zumindest mal nachvollziehen. Trotzdem verstehe ich auch die Diskussion darüber, was denn grundsätzlich der DFL diese ganze Geschichte bringen könnte. Ob das tatsächlich die Bundesliga und Seite der Bundesliga voranbringt. Oder, und das ist eben auch das wichtige Thema, ob es nur dabei hilft, dass die großen Klubs in Deutschland noch größer werden, um irgendwie in Richtung Premier League, La Liga und sowas halt die ganze Geschichte aufholen zu können. Dann würde es dem deutschen Profifußball meiner Meinung nach nicht helfen, sondern nur dem internationalen Fußball, dass der spannender wird. Ich finde nämlich, wir sollten uns in Deutschland erstmal darauf konzentrieren, unsere Ligen besser und attraktiver zu gestalten. Und da erwarte ich zumindest auch als Schalke 04, dass da Wert drauf gelegt wird. Und eben vor allem bei diesen TV-Geldern, diesem Schlüssel, dass das tatsächlich mal wirklich verändert wird, neu verteilt wird, weil auch das ist wichtig für den deutschen Fußball. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, dass da manche Fans sagen, ja, wir sind doch ein EV, wir Mitglieder haben ja anscheinend jetzt gar nichts zu sagen. Wir Mitglieder haben den Aufsichtsrat gewählt oder zumindest mal keine Änderungen vorgeschlagen, keine Änderungen durchgesetzt. Und deswegen ist für uns Mitglieder sozusagen der Aufsichtsrat derjenige, wo wir mitbestimmen können, wer da drin ist und wer nicht da drin ist. Und dadurch werden eben auch solche Entscheidungen getroffen. Man kann jetzt nicht bei sowas uns Mitglieder fragen. Das ist nicht umsetzbar. Das muss man eben dann, finde ich, auch ein bisschen sachlicher betrachten. Und trotzdem verstehe ich die grundsätzliche Diskussion des DFL-Investors extrem und bin sehr gespannt, wie das eben dann auch am Montag entschieden wird. Und somit waren das mal die aktuellen S04-News hier am Samstagmorgen. Ihr könnt eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare schreiben. Schaut, wie gesagt, auch gerne auf Schalke Inside Clips vorbei. Und dann sehen wir uns natürlich auch hier am morgigen Sonntag im nächsten News-Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalke.